Die erfahrenen Anleger kennen das an den Märkten. Wenn es nach oben geht, dann schön langsam, Schritt für Schritt. Geht es aber nach unten, dann mit Karacho und ein Bleib vor Schreck der Atem weg. Das gilt für Aktien wie für Märkte. Kann man sich also mit einer klügeren Mischung von Aktien und Märkten davor schützen. Herzlich willkommen zu ETF-Kompakt, meine Damen und Herren. Ja, man kann sich zumindest zum Teil ruhiger aufstellen. Und genau dazu gibt es jetzt eine neue ETF-Familie von iShares. Wie die aussieht, was man damit erreichen kann, erfahren wir jetzt von Sven Württemberger. Er ist bei iShares für den Bereich World Sales Germany zuständig. Herr Württemberger, wie erreicht man, dass ein Aktien-ETF generell weniger schwankt? Man muss also den Index offenbar irgendwie anders zusammensetzen als einen Standardindex, der ja meistens nach Marktkapitalisierung gewichtet wird. Absolut. Sie sprechen es an. Marktkapitalisierung ist das Stichwort. Die meisten ETF-Produkte, die am Markt zugänglich sind, sind marktkapitalisierungsgewichtet, also ein starres Indexkonzept. In den neuen Indexkonzepten ist es ein mehr regelbasierter Ansatz. Das heißt, man verfolgt eine Optimierung des Ansatzes. Und in dieser Optimierung kann man dann auch einen Volatilitätsansatz fahren. Das heißt, man kann Unternehmen, die hochvolatil sind, aus diesem Index nach einer Regel ausschließen. Und genau das tun wir in diesen neuen Indexkonzepten. Geht es bei jedem Index, würde ich dann fragen. Also ich denke mir, man braucht dazu natürlich einen Index mit möglichst vielen Werten. Wenn der nur 20 Werte hat, naja, dann wird es schon ein bisschen schwierig, wenn Sie da alles ausschließen, was ein bisschen schwankt. Das ist sicherlich auch ein guter Punkt. Generell macht es sicherlich Sinn, das bei breiten Indizes zu machen. Wir haben das jetzt auf vier Familien aufgelegt. Das ist der S&P 500 ein sehr breiter Index, der MSCI World, über den wir jetzt ja auch gleich sprechen werden, aber auch ein europäischer Light Index und ein Emerging Markets Index, der MSCI Emerging Market. Das sind alles sehr breite Indizes, die sich hier natürlich auch optimal optimieren lassen. Sie können es aber auch bei kleineren Indizes machen. Es kommt natürlich darauf an, wie Sie die Modellierung vornamen, beziehungsweise wie volatil die Unternehmen zueinander auch sind. So, jetzt schauen wir uns das Beispiel an. Sie hatten es ja schon gesagt, da haben wir die Details erst einmal auf einer Tafel. Wir haben uns den MSCI World herausgesucht. Das ist so einer mit mehr als tausend Aktien, die da drin sind. Hier haben wir die Kenndaten. Es ist mit der Wehrpapierkennummer A1, KB20, nicht D20, sondern 2D, da muss ich genau hingucken, gekennzeichnet. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,30 Prozent per annum. Die Basiswährung ist wie bei allen MSCI-Indizes immer der US-Dollar und die Ertragsverwendung in diesem Fall thesaurieren. Also, können Sie noch mal ein bisschen deutlicher machen, wie sich nun der Standardindex und eben dieser volatilitätsreduzierte Index voneinander absetzen? Nach welchen Regeln Sie konkret vorgehen? Ja, sehr gerne. Also generell der MSCI World ist einer der breitesten Indizes auf die ETFs aufgelegt worden. Der hat insgesamt etwa 1610 Einzelwerte im Index. Die optimierte Version, also die Minimum-Volatilitätsversion, die wir jetzt auf den Markt gebracht haben, hat nur noch 220 Titel. Also schon mal allein von der Größenordnung wesentlich geringer. Die Auswahlkriterien, wie wir diese Unternehmen bestimmen, werden klar durch ein regelbasiertes Modell vorgegeben. Zum einen wollen wir natürlich, dass der Index, der Volatilitätsindex, nach wie vor auch ähnlich konstruiert ist wie der große, breite Index. Das heißt, die Länder- und Sektorengewichtung sollte möglichst ähnlich sein, auch wenn wir weniger Werte abbilden. Wir wollen ja nicht von dem generellen Indexmodell zu arg abweichen. Das Einzige, was wir tun wollen, ist, wir wollen die Volatilität, sprich die Schwankungsbreite des Produkts niedriger gestalten. Und das gelingt uns durch diesen optimierten Ansatz sehr gut. So, nun stellt sich natürlich die Frage, wie das mit der Performance ist. Dazu haben wir eine Grafik. Also da sehen wir, es kommt offenbar eben auch davon, ob es eben so Phasen heftiger oder Schwankungen gibt. Da ist das natürlich besonders vorteilhaft, wenn man da etwas besser aufgestellt ist. Was sind so die Phasen, wo das gut funktioniert und vielleicht, wo sind dann die Phasen, wo es vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist? Ich denke, das wird hier auch schon ganz deutlich durch die Grafik. Seit Januar 2010 haben wir hier mal als Zeithorizont genommen. Die orangene Linie ist praktisch der klassische Index und beziehungsweise, Entschuldigung, die orangene ist der Volatilitätsindex und die weiße ist der untergeordnete MSCI World, der breite Index. Und generell hat dieses Produkt die Möglichkeit, eine Outperformance zu generieren in einem volatilen Marktumfeld, wie schon angesprochen. Das heißt, fallen die Märkte, wie zum Beispiel August 2011, dann spürt man das sehr deutlich im MSCI World, nicht so deutlich, wie man hier an der orangenen Linie sehen kann, im Volatilitätsindex. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, Verluste abzufedern und auch in einem wachsenden Umfeld, also in einer Aufschwungphase, dennoch am Markt zu partizipieren. Natürlich können die Ausschläge nach oben etwas geringer ausfallen, aber man hat dafür auch weniger Risiko. Also auf längere Sicht, für einen strategischen Anleger gesprochen, macht dieses Produkt wahrscheinlich dann auch mehr Sinn. Ja, wie nutzt man das jetzt? Für wen ist sowas geeignet? Also das klingt so, als wenn man sagt, also wenn du ein bisschen ruhiger schlafen willst, dann kaufe einen volatilitätsreduzierten ETF. Ja, das ist ein Stück weit sicherlich richtig so. Das Produkt ist primär geeignet für Investoren, die wirklich auch langfristig investieren wollen, die keine taktischen Aufs und Abs mitmachen wollen, die ihr Vermögen und ihr Investment langfristig strukturieren wollen und hier am Markt partizipieren wollen und diese Höhen mitnehmen wollen, aber die schwächeren Phasen auch ausgeglichen wahrnehmen möchten. Also wie gesagt, für Investoren, die strategisch investiert sein wollen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also eine neue pfiffige Strategie in einen ETF gepackt. Volatilitätsreduzierte Performance, so könnte man das dann nennen, mit weniger Schwankungen, vielleicht sogar mehr verdienen. Das klingt natürlich sehr vielversprechend. Wie immer können Sie in dieser Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war es. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.